Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Spiel. Seit, ich glaube, gestern ist XDeviant raus. Der, in Anführungsstrichen, neue COD-Killer. Es soll wohl auch schon bis eine Million Spieler geben. Crossplay, überall kostenlos. Und ich hab's ja auch ein bisschen in dieser Beta-Alpha irgendwann mal gespielt. Hat mich nie so wirklich gepackt. Irgendwas stimmt nicht mit meinen Farben. Irgendwie ist das sehr merkwürdig hier. Es ist so farbig. Oh, warte mal. Ich bin hier gerade an meinem Monitor rumspielen. Es ist so farbig, so ganz komisch. Aber so übertrieben. Übertrieben, übertrieben, die Farben. Ja, meine erste Runde. Ihr seht, ich hab alles noch auf Null. Also, ihr seht hier das wie farbig. Das ist ja so mega farbig. Ich nehm jetzt einfach mal den ersten. Keine Ahnung. Verbrennungsdrohne. Sturmgewehr. Also, die Farben. Das ist ja schon zu... Das ist schon zu bunt. Also, das Problem ist, dass irgendwie... Irgendwas mit HDR zu tun haben muss. Ich bin sie gerade mal am rumflitzen. Und man kann hier rutschen. Türen öffnen sich gleich. Äh, ich mach mal gerade HDR an. Ob's dann besser ist. Äh, Option, Option, Option. Scheiße. Einstellung. Grafik. Irgendwo hab ich nämlich HDR ausgemacht. Und dann sah das so komisch aus. Ich mach jetzt mal HDR auf an. Und gucke mal, wie's dann aussieht. Ja, es sieht schon ein bisschen cleaner aus. Eigentlich komisch. Eigentlich ist es ja immer umgekehrt. Das ist ein paar DDR anders aus. Aber wir gucken jetzt erstmal... Erster Kill. Sehr laut gerade noch alles. Ähm, ich hab hier irgendwie so ein Fliegeding. Der ist tot. Der ist tot. Der ist verbrannt. Äh, auf G hab ich Granaten. Okay, nächster Kill. Äh, ich spiel mit Trackball, ne. Alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin ein Trackball-Spieler. Ich spiele nur mit Trackball. Auf meinen Warzone und alles. Das ist noch sehr laut, die Sound-Effekte. Nächster Kill. Äh, wir spielen Eskortieren. Das heißt, wir müssen dieses Ding immer in der Nähe sein, damit das weitergeht. Da hinten ist einer. Machen wir diese Drohne wieder. Ob wir ihn verbrennen. Wer kommt da jetzt? Einer kommt da oben. Nein, wirklich. Okay, Schade. Es ist zu laut. Es ist auf jeden Fall noch zu laut. Äh, Einstellung. Ton. Dialoge lassen wir mal. Sound-Effekte machen wir einfach mal um 20 kurz runter. Äh, FPS. Also ich hab alles auf Max-Grafik. Spiele auf WQHD. FPS 200. Alles ist in Ordnung. Manchmal komisch, wenn ich hier springe, dann gibt es ich noch mal. Ganz komisch. Wenn das Movement ist, weiß ich noch nicht. Ist da einer? Gehen wir hier oben lang? Drei Headys. Ich bin in der Willkommens-Playlist. Das heißt, hier spielt man nur gegen welche, die... Level... Oh, von Ort. Die Level 25 sind... Äh, Rucker 25. Also ich... Ah, hat er schlau gemacht. Aber er wird auch sterben, ja. Ähm. Ah, man muss immer eine Taste drücken, so ein Respawn. Warum? Lass mich einfach wieder rein. Ja, war man dann die Fraktion... Guck mal hier. Jetzt macht er es richtig. Aber jetzt hat er gerutscht. Warum? Also ich hab dauerhaft Sprinten an. Manches Mal rutscht der am Ende noch. Das hatte ich schon in der letzten Welt als Problem. Ja, Leute. Wir können hier nicht nur campen. Wir müssen nämlich das Ding da... Ähm... Wo können die denn rauskommen? Nur da oben? Das war schlecht. Nein, 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 nein. Sehr gut, sehr gut. Machen wir das noch rein. Der Typ macht das hier jetzt auf. Sehr gutes Game ist er von mir, muss ich sagen. Aber natürlich auch... Anfänger, Gegner. So wie ich. Ich höre irgendwie Steps, aber irgendwie auch nicht. Den Typen hab ich halt gar nicht gesehen, der mich ja angeschossen hat. Ich versuche mal von hinten zu kommen. Map kenne ich natürlich gar nichts. Oh, ich kenne hier nichts. Wohin? Ah, von hinten! Ah, hu 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 hu. Nein, da links hat einer gesnipet, glaube ich. Gibt's hier eigentlich... Gibt's keine Kill... Ähm... Killcam? Anscheinend nicht. Ist immer noch sehr laut, ne? Oh, dass er danach nochmal rutscht. Wie steht denn danach? Shit! Noch lebig. Komm, komm, komm. Leben, bringe, rier dich. Hey, du Hund, ich brenne. Ja, er hat auch diese Bombe gemacht, aber ich hab ihn noch getötet. Respawn. Immer dieser Respawn-Knopf. Spawn mich doch direkt, bitte. So, da werfen wir nochmal ne Granate rüber. Ja, Leute, wir müssen in dieses Ding hier rein, damit sich das fortbewegt, also. Schöner Headdy. Ach ne, das Rote ist kein Gegner. Also ist auch cool, dass die Gegner so rötlich sind. Also man kann sie gut erkennen. Ihr seht das hier. Oh shit, hab ich sie noch mitgenommen, den einen? Auch warum muss ich denn immer drücken? Aber ansonsten, bis auf den ersten Blick finde ich es besser als die ganze Beta und Alpha. Das macht gerade ein bisschen Spaß. Die Gegner sind natürlich auch ein bisschen... Schmecken gerade. Bisschen erster geht mit. Guten Stats. Ähm, wir werfen mal irgendwie hier ne Granate rein. Keine Ahnung. Boah, da kommt aber die ganze Meute. Ja, aber wie komme ich denn jetzt dahin? Die werfen auch Granaten. Wow! Renn er? Hab ich noch einen? Ja, ich hab noch einen mitgenommen. Es ist mir immer noch zu laut, ne? Das Ding ist, ich höre dann die Schritte nicht, aber es ist mir gerade einfach noch zu laut. Geh nochmal ein Zehner runter. Die Schüsse sind mir zu laut. Jetzt hab ich ein Ulti. Wie, äh, ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, was ich kann. Aber es sieht irgendwas mit Flammen aus. Kann ich vielleicht mich irgendwie in Flammen hüllen oder sowas? Oh, Granate! Nein, das sind ja alle. Oh mein Gott. Kann ich irgendwie... Warte mal, wenn ich jetzt auf Fraktion ändere, was kann ich hier? Eine Feuerbombe. Ja, ich will jetzt bitte... Fraktionsinformationen... Was ist... Ja, irgendeine Feuerbombe. Also, ich werfe die da jetzt einfach mal rein. Da rechts ist einer. Na, Aiming ist da. Halbwegs. Zumindest das Füge greift. Ey! Und da snipe wieder einer. Okay, jetzt wird es gerade schwer, da hinten hinzukommen. 60%, 59%. Ihr seht das oben, ne? Also, man muss es natürlich am besten in der Zeit schaffen. Ich werfe nochmal eine Granate. Achso! Ein Flammenwerfer ist das! Oh mein Gott! Okay. Feuerbombe ist ein Flammenwerfer. Habe ich jetzt natürlich komplett umsonst gewastet. Ah! Aua! Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Warum bin ich denn? Hä? Warum habe ich denn jetzt eine andere... Eine andere Fähigkeit? Habe ich das gewechselt jetzt gerade, oder was? Nein, nein! Da ist einer, da, dahinter ist einer! Ja. Äh, lol. Hatte ich nicht die ganze Zeit den? Achso! Okay. Ich hab nicht... Okay. Ich hab die Fähigkeit geändert, oder zwei Fähigkeiten. Das Ding ist... Ich muss jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ey, ich brenne ja immer. Okay, wir werden irgendwie aufgedeckt, weil einer so ein Wallhack-Ding hat. Ich brenne ja immer wieder auf einem Faust. Zack. Ich brenne jetzt mal, kommen die da oben? Äh, ne Mine? Okay, wir haben gewonnen. Oder was? Ne, wir haben es nicht ganz geschafft. Okay. Jetzt müssen wir die anderen natürlich auch so weit aufhalten. Und, äh, wir nehmen jetzt nochmal den gleichen. Wir werden erstmal... Nehmen wir das noch. Was hat er denn? Magazin? Barriere? Oder Blitzschild? Ja, das ist die, die sich so heilen kann. Die hat man immer gespielt. Und auf Klärungsansage. Wir lassen das erstmal jetzt. Wir behalten den. Mit dieser Drohne. Natürlich hat man MP, ne? Also, wie gesagt, alles noch auf Level 1, beziehungsweise das ist auf 2. Hier kann man dann selber machen. Habe ich aber noch nicht. Ich spiele jetzt erstmal so mit... Ich meine, erstmal die erste Waffe. Müssen wir ja eh alles hochleveln. Aber ich kann jetzt schon sagen, äh, ich mag ja auch Call of Duty nicht so, diese normalen Modi. Die sind nämlich auch noch so ein Waffeleveln. Ich bin ja der Battle Royale-Spieler. Ähm, vielleicht kommt die auch noch in Battle Royale-Modus. Glaube ich nicht, aber... Bisher bin ich doch ganz ansehnlich hier, ne? Die meisten Punkte. So, und jetzt kommen die natürlich von da hinten. Gleich mal ne Granate reingepfeffert. Achso, es geht eher... Die Tore öffnen sich eh erst jetzt. War ein bisschen zu früh von mir. Weck, Spawn, Trapped. Na gut. Ja, das Heilen dauert immer ein bisschen. Hier, zack, ich ziehe jetzt direkt mal... Feuerdrohnen ins Maul. Ja, da war noch einer. Der snipet. Aber da oben ist auch einer langgegangen. Ich ziehe mich zurück, der griffene Granate. Na ja, snipet da hinten. Ist ja gut. Dann kann ich mich hier... Ich höre Steps. Man kann jetzt auch die Waffe... Man kann jetzt auch als Zweitwaffe diese Emping nehmen. Ja, kann ich. Oh, ich habe nichts mehr. Halt dich, du dummstig. Das war sehr stark von mir. Weil ich gesehen habe, dass das Ding kommt. Nein, 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 nein. Von allen Seiten. Kommt, bevor es wenn ich alleine spiele. Oh, ich spiele aber auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 gegen 4. Scheiße. Achso, ich muss immer Respawn drücken. Oh, das fackt ab, Alter. Lass mich einfach spawnen. Hier, das verstehe ich noch nicht. Manches Mal ich springe. Er läuft weiter. Manches Mal ich springe. Und er slidet automatisch. Obwohl ich den Knopf nicht drücke. Muss ich vielleicht noch mal ein paar Videos angucken. Oh mein Gott. Vorsicht, wir werfen Granaten, Leute. Noch eine. Okay, und jetzt müssen wir wieder rein. Ah, unter mir. Drei Stück. Oh, ich muss wieder Waddle Respawn. Also, es fühlt sich alles nicht so geschmeidig an wie Call of Duty. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay, wir mit diesem Wallhacker. Ich suche gleich mal eine Granate. Ah, hey, lass. Ja, schöne Granatenkill. Ich glaube, hier ist noch einer. Sehr gut, sehr gut. Ah, Schitte. Scheiße, sie haben es geschafft. Sie sind jetzt schon bei der Tür. Sehr schnell. Sehr schnell. Komm, lauf. Hinlegen kann man sich übrigens auch nicht. Was ich sehr gut finde. Dieses Hinlegen fuckt mich bei Dingz immer ab. Der Grosung. Das Dropshotting. Ja, Leute, mir kommt es vor, ich kann den nicht alleine verteidigen. Ja, den habe ich sogar noch. Aber was soll ich machen? Die sind jetzt schon bei 50%. Also, die haben noch easy vier Minuten. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Da oben ist ja drin. Ach, Mann. Spielen die eigentlich alle mit MP oben rechts? Ja, nicht alle, aber fast alle. Vielleicht sollte ich auch mal eine Runde empfehlen. Oh, das ist... Nein! Ja, Leute, ich kann nichts machen. Also, ich spiele ja echt alleine. Ja, und dann war echt verloren, oder was? Weil sie halt weitergekommen sind als wir und dann ist es ja schon sie. Aber war okay, erste Runde. Spieler des Spiels. Natürlich ich. Hat es versucht, Leute. Ganz, ganz souverän. Ich würde mal sagen, direkt ins nächste Game, ne? War eigentlich ganz okay. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich mir jetzt eine eigene Waffe machen kann. Oh, diese Ladezeiten. Schon beim Starten des Spiels, ne? Also, das war früher nie so. Diese Ladezeiten, Warzone und sonst was. Okay, es gibt einen Battle Pass. Niemals Geld ausgeben. Waffen. Ah, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Visier. Okay. Ich habe übrigens den Ton aus. So, und jetzt können wir hier... Unsere M4A1 zumindest ein Visier drauf machen. Ein Reflexvisier. Hat das denn Nachteile? Achso, Match wird erstellt. Scheiße, jetzt kann ich gerade wieder nichts machen. Ich habe Crossplay an. Ich habe Eingabe-basierte Spielersuche aus. Also, ich kann auch gegen Kontroll... Achso, das geht jetzt schon los. Scheiße. Ich weiß nicht, hat er das Visier jetzt übernommen? Ich behalte erst mal den. Hat er das Visier jetzt übernommen? Kann ich jetzt noch... Äh... Ach, Digga. Arbeiten. Ja, er hat es genommen. Was anderes haben wir auch nicht, ne? Ich habe nur das eine bisher freigeschaltet. Gut. Aber wir haben jetzt ein Visier. So, was ist das jetzt? Jetzt ist... Besetzung. Besetzung ist Herrschaft, ne? Also, ich muss Grafik, Filter, alles nochmal irgendwie einstellen. Ist mir alles noch ein bisschen zu dunkel, zu bunt. Ach, da hinten snipet einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Einer ist Stellung, ne? Nicht Herrschaft, sondern Stellung. Gibt es eigentlich, ähm... Wenn ich so Sniper anschieße, dass er dann halt nicht mehr ziehen kann. Wie heißt das nochmal? Flinch. Er trifft trotzdem. Es gibt keinen Flinch, oder? Also, er kann weiter dauerhaft schießen, egal wie ich ihn anballere, oder? So kam es mir jetzt vor. Ich kann leider keine Killcam. Killcam... ...muss in so einem Spiel drin sein. Vielleicht gibt es das nur bei Rankers oder so. Hier auf jeden Fall noch nicht. Hinter dir, Junge. Ja, das war dumm von mir. Aber egal, das geht. Irgendwann habe ich verbrannt. Ein paar Granaten fliegen dabei. So, jetzt überholen wir erstmal hier. Zumindest für ein paar Sekunden versuche ich's. Boah, das ist die Grafik. Ist alles ein bisschen zu... Die Hitmarker sind okay. Die Sounds, Hitmarker-Sounds. Wir müssen schon wieder weiter. Hinter mir. Also, Steps habe ich noch nicht einmal in dem Spiel gehört. Ist alles viel zu. Er hat mich jetzt auch nicht gehört. Ja, aber von hinten... Hatte ich ihn noch genommen? Ja, den einen habe ich noch genommen. Einfach mal eine Granate rein. Kann ich meine eigenen damit töten? Nein. Ich meine ich. Scheiße, er hat sich versteckt. Ja, wir verteidigen das gerade. Gut. Ich werde den hier erstmal... Ich werde hier den Weg... Den Weg für uns abschnacken. Granate. Hier kommen auf jeden Fall welche. War ein schöner Heavy-Sound. Ah, schmeckt eigentlich. Oh, ich habe irgendwie... Heilung. Ja, Leute. Meine alten COD-Moves kommen hier gerade. Ach so. Das ist jetzt schon wieder eine neue... Position der Stellung. Ja, man sieht die Gegner oben. Ach, hier unten müssen wir aber verteidigen. Die Typen sind alle oben. Wow. Ja, genau. Holy shit. Wir sind genau solche Schwitzer wie... Mann, wir nehmen. Aber es ist okay, ne? Boah. Du willst mich nehmen? Ne, der darf mich nehmen, aber du nicht. Okay, wieder eine neue Stellung. Gegner führen noch. Gegner führen noch. Wir sind aber ein bisschen näher gekommen. Ah, die sind schon bei der Stellung. Scheiße. Leute, ihr müsst die Stellung angucken. Ja, für die muss. Na ja, er war dahinter im Campen. Hat er gut gemacht. Ach, von links! Ja. Ja. Ich hätte die Maps jetzt hier noch nicht. Hier alles sein könnte. Ah, das ist bei jedem sehr stark. Nein! Hinter dir, Junge. Stark von mir. Alles mal nachladen. Und das nehmt auch einer, die er uns sei, der nicht trifft. Granate kommen von hier. Boah, Digga. Danke für irgendwen, der mir geholfen hat. So, jetzt habe ich wieder diesen Flammenwerfer. Ah! Flammenwerfer bringt natürlich nur... ...auf Navas. Aber wir... Ach, jetzt hat er noch 1 AP, der Junge. Oh, dein Glück! Ja, dieser Flammenwerfer... ...muss jetzt erstmal irgendwie auf nahe kommen. Ich weiß nicht, ob der Flammenwerfer ist, oder ob ich mich schon wieder... Oh, shit. Da snipe keiner. Schöne Brennung. Er ist weg. Da hinten snipet noch einer. So, jetzt komme ich. Jetzt komme ich, mein Junge. Oh, scheiße, viel zu... Ja, okay. Das ist nicht die beste, ähm... Fraktion. Also, auf kleinen Maps und so, okay. Ab nächster Runde dann mal einen anderen. Boah, dieses Rutschen danach immer. Irgendwas mache ich da falsch. Boah. Das kommt noch mal, Junge. Grafik. Ich habe alles auf Maxis und weltbewegend, aber... Oh, nicht schlimm. Oh, dieses... Ich sehe nicht schlimm. Schliess. Nein, das war dumm. Ich weiß nicht. Na, da könnte ich snipen. Und da snipen die ganze Zeit einer. Er trifft nicht. Jetzt hat er mich. Den haben wir auch. Stufe 4. Schön. Ist, glaube ich, doppelt die XP an übers Wochenende für alle. Obwohl ich das richtig verstanden habe. Den habe ich auch. Och, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Aber wir führen. Diesmal bin ich nicht Bester, aber... Einer der Besten. Wurde wieder aufgedeckt durch einen... Anzug. Da haben wir auch noch einer. Na, wir dominieren das. Ist eigentlich so gut hier einer? Ah, dieses Sniper. Okay. Ist das immer One-Shot? Egal, wo man trifft. Aber ich könnte mir das durchaus Battle Royale tun. Battle Royale ist einfach... Das, was kommen muss in jedem Shooter, wenn er lang überleben will. Und er weiß, was hier so der Plan ist mit dem Game. Oh, da ist es so. Das Battle Royale. Achso, er hat da so ein Ding oder was? Hä? Wie kann man den dann nehmen? Keine Ahnung. So wie ich es gemacht habe. Komm, ein Granatenhil. Ah! Also Snipen scheint OP zu sein. Werden wir auch noch ausprobieren. Aber erst mal... Wir gehen zur neuen Stellung. Oh, hier sollte ich glaube ich nicht unterspringen. Oh, shit. Ah, links. Ich weiß. Konnten mich jetzt aber nicht auf beide konzentrieren. Ja, jetzt machen sie gerade ein paar Punkte gut. Kommen gerade nicht zu der Stellung rein. Hier kriegst du eine Granate und jetzt musst du dich bewegen, wenn du willst. Sonst fickt dich die Granate. Was? Kann ich gerade sagen, Alter. Jetzt haben wir den Punkt. Ja, aber schon der nächste in drei Sekunden. Dann gehen wir schon wieder rüber. Oh, er wird gesnipen zu. Nahkampfangriffe gibt es auch. Das habe ich euch gleich mal gezeigt. Jetzt gucken, ob ich die Sense eventuell noch ein bisschen... höher machen muss. Wobei, höher machen. Ich zeige euch gleich mal was. Ich zeige euch gleich mal was, Leute. Ich probiere alleine die Stellung zu halten. Mein Movement. Was ich nicht habe. Ich verteidige hier wie ein Weltmeister. Ich spring hier rum wie sonst was. Kommt eine Granate. Wieder rein. Ah, von hinten, Leute. Helft mir doch. Die treffen mich nicht. Okay, jetzt haben sie mich. Ich zeige euch mal was. Ich spiele mit dem Trackball. Ihr seht das hoffentlich in der Kamera. Scheiße, ich bin zu weit ein bisschen hier, oder? Ähm, guckt mal hier. Ich spiele mit einer 90er Sense. Wegen Trackball. Das geht nicht. Das spiel mit einer 90er Sense, Diggi. Das ist doch krank. Weil, guck mal, sonst... So komme ich halt ein paar Mal rum. Ja. Ich muss so hoch sein. Und? Wir haben gewonnen! Nice! Wer war man of the match? Ich glaube, ich diesmal nicht. Meinung nach... Bester im Match. Punkte als Cleaner. Okay. Also immer die aus der Zone dann getötet, ne? Also aus der Stellung. Das war gut. Das war gut. Boah, 57 zu 13. Boah. Okay. Da unten auch, 46. Puh, 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 puh. Aber bisher... Es macht mir gerade Spaß. So, wir haben jetzt wieder etwas hochgelevelt. Wir haben jetzt wieder etwas freigeschaltet. Das geht aber schnell hier. Immer nächstes Match. Das finde ich natürlich gut. Aber lass mich bitte noch meine aus... Boah, das ging ja echt schnell jetzt. Direkt wieder im neuen Game drin. Ja, wobei das dann immer sehr komisch lange dauert. So, wir nehmen jetzt mal den nächsten. Also diese Feuerbombe haben wir jetzt nicht ausprobiert. Wir nehmen jetzt mal... Blitzschild. Wo kann man denn... Rüste einen ataktischen Schild ausdrücken, die Nachkampf ist, um einen Schildstoß auszuführen. Vielleicht mal die gegnerischen Schüsse und... Aber nur gegnerische. Das heißt, ich kann da durchschießen, oder was? Probieren wir erstmal. Wir gehen auf Bearbeiten. Wir gehen auf Vorderlauf. Und wir haben den hier. Er bringt nur Vorteile. Nee, er bringt auch... Minus Rückstoßzurücksetzung. Das ist mehr so ein MP-Aufsatz, finde ich. Weil ich brauche nicht unbedingt die jetztgeschwindigkeit und Bewegungsschwindigkeit mit einem Sturmgewehr. Das heißt, ich nehme es mal nicht. Bewegungsgeschwindigkeit langsamer, aber alles andere besser. Das werde ich nehmen. Okay. Ich habe noch keine MP ausprobiert. F1. So, okay. Ähm. Wir sind... Wo sind wir denn? Ach, es ist wieder dieses. Oh mein Gott! What the fuck? Ich schieße das Ding da hin, Junge. Hehehe. Wir werden die Granaten nehmen und so. Achso, ich kann da aber auch nicht durchschießen, oder was? Also... Okay, ich kann mich heilen. Jetzt gehen wir mal raus ein bisschen. Stören wir mal die Bude hier. Man kann das jetzt... Ah, nee. Okay. Emissionen abfüllen. Ah! Leute, ey! Meine ganzen Leute waren noch da! What the fuck? Ja, okay. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Warte mal. Wer kann ich jetzt da durchschießen? Irgendwie sieht es aus. Ja, irgendwie nein. Kann ich nur sagen, ob ich das hier durchschießen kann. Äh, wo sind wir denn hier gerade? Oh, der oben rechts ist der Minne. Hat drei Kills. Okay. Okay. Ja, diese Barrieren sind natürlich so krass hier. Und anscheinend kann man da durchschießen. Ja, kann man. Wir halten die gerade sehr gut. Jetzt hat er natürlich so ein Ding. Aber man ist es bekommen. Ja, guck mal. Man kann den auch zurückdrängen so ein bisschen. Wenn man selber da drin ist. Dann geht der ein bisschen... Ach komm, den muss ich haben. Dann geht das Ding nämlich zurück. Den hab ich. Also die Visualität ist gut, dass die so rot und blau sind. Das gab es ja auch mal in Call of Duty in so einem Testmodus. Äh, das fand ich sehr gut. Ja, das fand ich jetzt, ey. Uh, die können die Kappe schießen. Scheiße, das kommt... Ich drück den hier komplett alleine, komplett zurück, ne? Ey, das war unsichtbar. What the fuck? Hab ich so ein bisschen gesehen. Okay, die werfen Granaten, die werfen Granaten. Ja, ich hab den noch gekriegt. Sehr gut. Oh, Granate. Kommt mal her. Die werden das sehr gut ab... Scheiße, was hab ich denn, äh, für ein Ulti? Ich weiß gar nicht, was mein Ulti ist. Ich will das jetzt nicht wieder racen. Ja, wir drücken die ja so zurück, Alter. Nein! Nein! Ich war so gut. 9 zu 2, warte mal. Äh, wie kann ich den jetzt nochmal... Fraktion ändern? Ich will wissen, was mein Ulti ist. Mein Ulti... Ach, die haben es nicht geschafft. Also wir haben die so sehr gut zurückgedrückt. Hätte ich mal mein Ulti doch noch genutzt? Oder hab ich das jetzt noch? Nee, ne? Aber ich behalte den Typen mal. Wobei, jetzt müssen wir... Ja doch, ich behalte den mal. Aktion ändern. Ja. Okay. Okay. Ne, ich hab mein Ulti jetzt nicht mehr. Also ich hätte es ruhig wasten können. Oder einsetzen können. Was genau es ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Das wollte ich nochmal gucken, Mensch. Jetzt will ich es wissen. Das ist die passive. Ah, hier steht es ja ruhig. Kugelförmiger Plasmaschild kombiniert mit einer elektronischen Rupflinfe. Kämpfe auf... Ach, das ist, wo ich das dann so rum habe, ne? Ja, okay. Das, was der Gegner eben einmal hatte. Geht hier die Tür auf. Oh, ich höre schon Gegner, what the fuck. Ich hab direkt die Ballade rein und roll. Wir müssen jetzt hier powern. Da links ist noch einer. Scheiße, ich kann ihn nicht treffen. Okay, gut. So, wir müssen in das Ding, Leute. Ich werde jetzt hier mal so einen Taillin machen. Dann haben wir ein bisschen... Ein bisschen Schutz. Oh, run out the fuck. Ist da reingewumpst. So, dass man sich nicht heilen kann. Ich werde noch so ein bisschen was mitnehmen. Hab einen. Also, die Gegner schmecken natürlich auch gerade, ne? Deswegen macht's auch Spaß. Oh, hab mich noch weggezogen. Kurz mal hier hinterheilen. Also, die Heilung ist natürlich automatisch. Noch eine Zeit. Ich werde COD. Wow, 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 wow. Chillt mal. Granate kommt. Geh nicht rein. Ich hätte vielleicht doch stehen bleiben sollen. Aber alles okay. Wir haben ja jetzt schon fast die 30%, die die nicht geschafft haben. Einmal neu aufbauen. Oh, eine Granate geflogen. Lala, da. Wö? Er kämpft da. Ich glaub, es hackt. Ich glaub, es hackt. Ach, diga. Wenn der da jetzt nochmal kämpft, ne? Ich seh jetzt eine Granate rein, Junge. Granate! Schade. Was? Oh, Junge. Alter. Scheiße, Mann. Ich komme da jetzt gerade nicht rein. Ich stehe hier so gut. Ich muss mal einmal rumgehen. Ich hab gleich wieder meine Barriere. Ich brauche jetzt gar nicht rein, weil ich hier komplett alleine bin. Boah! Ist das Ende? Ich hab' die Schaffer oder was? So, jetzt geh ich hier mal rein. Ja, kommt mal her, ihr kleinen Hunde. Sehr gut. Bam, 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 bam. Ich bin hier der Einzige, der hier was macht. Leute! Ey, wo seid ihr denn? Kommt her! Meine Fresse, ich bin hier. Meine Fresse, nur eins. Kann doch nicht sein, dass ich wieder best of the best bin, Mann. Niemann muss man nochmal gute Mates haben. Ich glaub, wir gewinnen das. Ja, genau. Erden hier, Alter. Boah, schnell hinter. Ey, ich freu hinter der Barriere, Mann. Damit, die macht nichts. Nicht gut. Ich kenn die Map natürlich auch nicht. Ich lauf hier mal rum. Falsch Geld. So, ich werd' jetzt hier mal ein bisschen von außen kommen. Werd' hier nochmal so eine Barriere. Boah, Alter, ist mich erschreckend. Geh weg, Junge. So, jetzt weiter. Ja, genau, er trifft. Genau, als die Dings kaputt geht, oder was? Boah, wie unfair dann die Position von ihm. Ja, wir haben gleich gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Yeah! Woo! Ja, es macht Spaß. Es macht Spaß, muss ich sagen. Ding, 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 ding. Oh, ich mal wieder. Drei Games, zweimal Spiele of the Match. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. So, wir haben natürlich wieder ein bisschen gelevelt, haben zumindest einen Aufsatz wieder geschafft. Booster aktivieren. Ne, es ist Booster. Wir werden, glaube ich, wieder eskortieren, deswegen werden wir ihn wieder mit der Barriere nehmen. Allerdings, wenn wir jetzt noch hier gucken, was haben wir denn hier? Bringt nur Vorteile. Das heißt, rein damit. Und let's go. So. Was war jetzt noch mal das Ulti? Hat sich gerade wieder kein Ulti geschafft eine ganze Runde? Weil es so schnell ging, ne? Hey, es geht schon los, oder was? Wir sind in ein laufendes Spiel gekommen. Boah, was ist das? Wir sind gleich beim ersten. Ey, 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 chill mal, Junge. 3 HP. Gut. Scheiße, da liegt's. Den haben wir noch geholt. Der hat das Tor aufgemacht. Wir haben den nächsten. Sehr gut. Ich übernehme direkt das Kommando. Kommando. Das Kommando. Wir haben das Spiel. Der ist da. Einmal Schutzschild so ein bisschen. Wow! Hat er gut gemacht. Ich habe gerade noch... Oh shit, weg hier! Ja, okay. Das waren dann vier Stück, die da alle links waren. Ey, Mann. Aber wie gesagt, Maps. Keine Ahnung. Man kann nämlich sogar keine Map aufmachen. Boah, die sind da alle. Boah, die sind da alle mit der Granate getötet. Ich weiß nicht. Boah, lol, Mann. Haben sie den? Weiter, 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 weiter. Leute, kommt, 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 kommt. Ich weiß nicht, wo die Gegner alle kommen können, aber das war eine Granate. Hat er gut aufgeladen. Läuft man schneller mit? Ja, man läuft schneller mit Pisteln. Scheiße, da ist schon einer direkt. Aber nicht so gut. Ach, oben links Minimap, ne? Gucke ich auch sehr wenig drauf, obwohl ich bei COD immer viel gucke. Oben links Minimap, natürlich. Oh shit! Granate, Granate, lauf weg! Schön. Schön. Warte, ich komm die Hälfte wieder. Oh! Kleines Schutzschild. Ach, Schutzschild ist sehr geil bei Eskortieren, finde ich. Nein, ich bin ein Trottel. Oh, von rechts, okay. Aber trotzdem gut gespielt mit dem Schutzschild. Wieder ein paar Meter geschafft. Oh, da hinten hockt einer. Alter, hä? Ich war schon längst weg. Ach, Brandmunition unten, hat man gesehen. Okay, das erklärt sich dann natürlich. Kriegst mal ne Granate rein. Ja, wir kommen nochmal ein Stück vorwärts. Ich werd jetzt hier von links nochmal abchecken. Ich glaub, ich werd hier links auch lang gehen. Wir müssen das Ding rein, weil er mit dem sucht. Mach da mal ein Schild schon mal hin. Auch wieder ne Granate. Ich weiß nicht, ob ich das so mag mit den Granaten. Ich weiß nicht, ob ich das so mag mit den Granaten. Zwei Stück. Drei Stück. Ich muss nochmal nachladen. Ich muss warten, bis mein Schutzschild zwei Sekunden. Bam. Schutzschild nach vorne werfen. Und sterben. Weiter, 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 weiter. Wie gewinnen das aber? 94%? Und das müssen sie dann erstmal in der Zeit unterbieten. Das werden sie nicht. Oh, fuck. Ganz aufladen. Und jetzt mal hin. Oh. Die werden hier. Nein, sie haben ihn nicht. Ich dachte, sie haben ihn nix. Tschö. Mann, ey. Einfach mal ne Granate nach vorne werfen. Ja, ich hab ihn noch genommen. Scheiße. Genau dann macht er auch ein Schutzschild. Aber es sieht nicht gut aus jetzt gerade. Wir kommen da hinten nicht. Nicht voran. Go together, guys. Ich muss mal irgendwie links rum oder so. Ich muss einmal von hinten kommen. Ja, genau. Snipe du mal ein bisschen. Jetzt hier mal so links lang. Okay, ich geh noch weiter links. Ich geh einmal ganz rum. Okay, das geht nicht. Schau. Ey, kann man nicht durch die Wand oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Verdammt, den zuckt. Komm nicht dahin. Das gibt's doch nicht. Das ist doch irgendwie. Ja, schöner Granatenkill. Und jetzt zeig ich euch mal was hier. Digga, was hab ich hier? Wuuu. Komm her, Junge. Komm rein in den Dings. Scheiße, er ist so weit weg. Achso, es geht nur, wenn die drin sind oder was? Och, nee. Jetzt hab ich ne leere Waffe. Ich geh ins Scheiß. Ey, aber ich hab so viele gekillt. Leute, den Rest müsst ihr machen. Weil das geht so. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Und den nächsten auch noch. Zack. Jawoll. Geht doch. Wuuu. Muss bester Spieler sein. Muss. Ich hab ja alles gerissen. Hä? Zeig der nicht mal. Achso. Zeig der jetzt am Ende. Da wir eskortieren, behalte ich den. Äh. Haben wir irgendwas Neues? Ja. Wir haben ein neues Visier. Ein Holo-Visier. Hm. Weiß nicht. Ich mag das eigentlich. Wir probieren es mal aus. Aber das erste Visier war eigentlich gar nicht so schlecht. Äh. Rein in der Holger. Oh, er ist aber klein. Ne, 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 ne. M-m. Sofort wieder ändern. Ich weiß nicht, ob er das jetzt ändert. Aber das gefällt mir viel, viel besser. Ne, in der Runde jetzt nicht, aber danach. So. Die Tore öffnen sich. Wir müssen jetzt verteidigen. Sieben Minuten acht haben die Zeit. Äh. Und wo kommen die denn? Ne, warte mal. Ich geh doch. Scheiße, wir müssen da hinten verteidigen. Hä? Wieso? Ach, wo ping ich überhaupt? Wie, ich lauf komplett falsch, Alter. Oh mein Gott. Komplett falsch gelaufen. Wo sind meine Mates? Scheiße. Ich muss noch Ping irgendwie einstellen. Digga, dieses Visier. Oh mein Gott. Lag nur im Visier. Ich wüsste euch. So, jetzt aber einen da. Ja. Jetzt hab ich jetzt gut. Ich werde da unten gehen, verdammte Scheiße. Nein, 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 nein. Geh mal, Junge, chill doch mal. Wo ist denn mein Team? Ich kann doch nicht immer nur alleine spielen. Ich kann doch nicht immer nur alleine spielen hier. Oh ja, einer hat 32 kills. Okay, mir ist auch gut. Lauf, 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 lauf. Digga, ich schieße alle an. Mein Schussschild rettet uns gerade im Schwanz, aber irgendwie treffen wir mich. Hey, ich dachte ich kann da durchschießen. Was ist denn jetzt? Ach so, wir brauchen ein Schild. Lol. Oh mein Gott, wir kriegen gerade jetzt auch richtig auf die Fresse. Das schaffen die locker, wenn wir jetzt nicht besser verteidigen. Der ist tot. Einer ist da nach links gelaufen. Vorsicht. Oh, schön noch genommen. Ich probier alles, Leute. Ich probier alles. Ich will nicht nur leveln, ich will nämlich auch gewinnen. Du, 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 du. Jetzt kriegen hier nochmal eine Granate schön ins Maul rein da unten. Wie geil ist das gemacht? Jetzt kriegen wir jetzt auch da raus, wenn wir da sind. Jetzt haben wir ja sogar zwei. Den haben wir nochmal mitgenommen. Ein bisschen zurückziehen. Zwei Stück da drin. Einer hab ich. Nachladen. Gib ihm ein Schild. Hab ich noch mal einen genommen. Bäh. Ah. Und der ist über mir. Ah! Nein, es ist voll imel wie ein Affe! Aber alles noch okay, Mann Ich geb' hier alles Guck dir mal meine Punkte an Das ist nämlich das Wichtige hier Nicht nur die Kills So, weiter, 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 weiter Und jetzt mal einen schönen Granatenkill da unten rein Der ist so früh explodiert Das ging durch diese Barriere durch Und hat irgendwie eine Spinne in der Fresse Ich weiß nicht, was ich da machen muss, ehrlich gesagt Das war das erste Mal, dass ich überhaupt passiert Oh shit, oh shit von links Ja, 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 ja Sehr blöde Positionen gehabt Die haben noch zwei Minuten Zeit, ey Noch zwei Minuten 43 Ah, ich lande von so lange auf Nein, wieder so eine Spinne Sehr stark gemacht Wow, hinter mir Heilen, 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 Junge Ja, er macht diese Heilung an Dieses Ulti, Digga What the fuck? Ich hatte ihn low, Alter Und er heilt sich wie ein Stück Scheiße Lol, der eine hat so ein Schild? What the fuck? Nein, in der Butz Nein, sie gewinnen Sie gewinnen Leute, wo seid ihr denn? Ja, die haben gewonnen Eine Minute für ein Prozent Das werden die locker schaffen Das ist zwar gerade noch umkämpft Aber ich werde halt so schnell nicht hinkommen, glaube ich Oh mein Gott Umkämpfen Uh, 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 uh Ein AP Ich habe genau ein AP Oh, Granate kommen Oh mein Gott Die haben nur noch 0,1% Okay, das ist gerade 0,7 Komm, eine Minute halten wir nicht durch Die müssen ja nur einmal noch da drin stehen Aber ich probiere alles Ich renne rein wie sonst was Ich werde auch jetzt schon mal die Granate Weil wir müssen einfach so verteidigen Ja, den habe ich sogar noch Oh, 16 AP Die Granate hat nicht geziesen Es darf keiner mehr da reinkommen Da links kommt aber jetzt was Der will es jetzt wissen Ja, die Barriere ist wichtig Nein, die kommt Oh, wichtig Keine Ahnung Ich habe nochmal Ulti-Ready Äh, aber vorher setze ich nochmal das Schild Und klebe mir noch das Ulti rein Falls jetzt irgendwer hier kommen will Kommt her Auch wenn das Ulti jetzt ein bisschen raced ist Weil ich keinen Kill kriege Kommt her, kommt her Digga, wenn wir das noch Boah, scheiße Den habe ich Sehr gut Oh mein Gott Wie knapp war denn das bitte Nur noch 13 Sekunden Boah Okay, ein bisschen geht gar nicht bei mir 5 4 Ich glaube, das haben wir gewonnen Oh mein Gott Wie knapp 0,7% Und wir haben das noch gewonnen What the fuck GG Alter Nee, Kanal wollte ich eigentlich an alle machen Geht denn das Ja, kann man nicht an alle schreiben Aber das war mal richtig geil Das hat Spaß gemacht Das hat echt Spaß gemacht Sieg ist Serie Boah, er hat 9 Das war knapp Ja, wir hatten jetzt glaube ich 4 Spiele Zweimal Match of the Dings Drei Siege Aber kann die bewerten Achso Okay Geht auch So, ich würde mal sagen Ich lade das Video einfach mal hoch Einfach unbeschnitten Die 3, 4 Runden haben echt Bock gemacht Und Mal gucken, ob in Zukunft noch was kommt Ich weiß nicht so genau Aber macht eigentlich Spaß Und das Ding ist Wofür willst du es leveln? Ja, für Ranked dann Aber für Ranked wird es dann wieder zu verschwitzt Jetzt brechen wir aber erstmal ab Ich würde sagen Haut rein, Leute XDevian Meine ersten Games Eindruck Sehr gut Positiv Top Alles okay